Hallo und herzlich willkommen zu allen Let's Play von Cities Skylines. Ich habe angekündigt, dass ich es wahrscheinlich nicht spielen werde, aber ich spiele es. Und das hier ist meine Stadt. Ich habe nämlich einen Spielstand geladen, den ich vor kurzem angefangen habe. Und ja, das hier ist meine Stadt. Gucken wir, was wir heute machen werden. Also, hier sehen wir schon Industriegebiete. Gebiet. So rum. Was wollen die? Okay. Ja. Hier ist eine... Okay. Hier ist eine... Polizeistation. Und hier ist halt meine Großstadt. Die wird dann hier bis hier rüber geführt. Und hier baue ich jetzt auch gleich einen Straßenanschluss. Wie viel Geld habe ich denn? Ja, ich verdiene ganz gut. Würde ich sagen. Tausend hier unten steht. Verdienen ganz gut, finde ich. Macht auch richtig Spaß, das Spiel zu spielen. Ähm... Ja, dann plane ich hier schon mal den Straßenanschluss. Den ich dann auch machen werde. Also hier durch den Wind, durch die Stromleitung, kann ich glaube ich nicht bauen, oder? Doch, kann ich. Aber dann ist es getrennt. Ja. Dann muss ich wahrscheinlich hier... Oh, Mist. Das ist jetzt natürlich blöd. Sehr, sehr blöd. Die muss hier irgendwie ihr Strom herstellen. Und zwar schnell. So, okay. Okay, gut. Alles klar, wir haben es geregelt. Das ist sehr gut. Denn jetzt können wir hier auch den Straßenanschluss machen, weil hier das würde jetzt auch hier so vorbeigehen können. Ganz knapp ist das. Sehr knappe Geschichte. Ich glaube, wir schaffen das, oder? Ja, cool. Wir schaffen das. Das heißt, wir machen das dann hier rüber. Hier bauen wir dann so eine Brücke rüber. Und dann kann das hier auch bewohnt werden. Hier mache ich dann, glaube ich, nichts hin, weil das hier wird dann einfach so eine Straße halt. Dann bauen wir hier noch eine Kurve. Achso, hier. Ganz schön. Achso, okay. Perfekt. So, jetzt ist hier hier ein bisschen am Abhang. Ich denke mal, dass hier wird... Na, das kann man ein bisschen... Das kann man hinnehmen. 10.000! Oh Gott. Okay. Dann machen wir es erst mal. Dann haben wir jetzt hier schon mal eine Brücke. Die wird dann genauso viel kosten. Scheiße. Na gut. Okay. Ist halt so. Perfekt. So, wir haben hier auch einen Anschluss zur anderen Insel. Endlich. Und, ähm... Wird die schon befahren? Nee, die wird nicht befahren. Ha. Super. Ja, okay. Ach, nee. Brauche ich nicht. Ähm... Dann mache ich hier noch sowas hin. Am besten hier mache ich eine Kreuzung hin. Ja, am besten ich mache hier eine Kreuzung hin. Autobahn. Autobahn. Stimmt. Ah. Autobahnauffahrt. Oh. Habe ich ja ganz vergessen. Ich war jetzt so fasziniert wegen einer Brücke. Ah. Wenigstens sind wir hier schon mal... Aber ich plane jetzt hier eine Buslinie. So. Nämlich... So, dann machen wir hier noch... Hier eine Haltestelle. Und ziehen das hier rüber. Und dann erst wieder hier drüben, würde ich sagen. Ja, hier sind eine Haltestelle. Haltestelle. Ach. Ähm. Fuck. So. Dann ziehen wir es von hier... nach... hier. So. Okay. Und dann zweigt das hier in die einzelnen Dörfer dann ab. Das ist... Das ist gut. Ja, das finde ich gut. Und zurück muss ich dann irgendwie noch planen. Sind das? Horodokers. Achso, cool. Ist auch cool. Erstmal muss ich... hier was hinbauen. Ich glaube ein Wasser... so ein Wasserding muss ich hier hinbauen. Wasserding und Abwasserding. So. Und jetzt muss ich hier noch Rohre verlegen. Aber erst mal... muss ich hier eine Straße hinbauen, damit es hier auch bewohnt werden kann. Einfach hier mal so... quer rüber. hier noch so... hier noch so... hier noch hier hin... hier rüber. Hier fahren aber viele Busse hin. Und... auu, auu, auu. Hm. Hab ich ganz vergessen. Muss ja hier noch zurück machen. Aber egal. Das kann ich später machen. Mach ich hier erstmal Wohngebiete hin. Na, auf dem Wohngebiete. Oh ja, das wird cool. Ah, hier kann ich ja so... einen ganz kleinen Laden hinmachen, oder? Ähm... Kann ich das mal hier so? Einen kleinen... Laden hier. Genau so. Genau so. So, okay. Was ist das? Ach so. Bürogebiet. Hoffentlich kann ich es auch bald machen. Alles hier wird dann gleich ein reines Wohngebiet. So, alles Wohngebiet. Natürlich muss ich mich gleich auch noch um den Strom kümmern. Mach ich hier hin. Mach ich hier so ein kleines... So. Okay. Dann hier noch eine Straße rüber. Okay. So, und das schließe ich dann hier an. Sieht ein bisschen kompliziert aus, aber... Ist gar nicht kompliziert, wenn man es versteht. Und hier kommt dann überall hier... Wohngebiete. Ganz unten. Das heißt, wir müssen ganz viele Wohngebiete machen. Ganz viel. Über viel. Sehr, sehr viel. Überragend viel. Ihr wisst ja schon, was ich meine. So. Schön so machen. So. Okay. Ah, hier baue ich jetzt keins hin. Da kann irgendwas anderes dann hin. Nur hier baue ich noch Läden hin. So. Und das Ganze beschleunigen... Ne. Wir beschleunigen nichts, denn... Wir brauchen ja Wasser und Strom. Oh, das... Das Spiel ist so cool. Wir brauchen... Wasser. Das können sie kriegen. Einmal hier quer durch. Einmal hier quer durch. Okay. Einmal hier quer durch. Okay. Okay. Also... Also... Ich muss jetzt alles ein. Och, ja, dann... Hier halt noch was hin, damit die auch Strom haben. Äh, Wasser. Jetzt muss ich noch Strom hin machen. Und noch zum Abwasser. Okay. Ja, hier in meiner Stadt heißt Keftown. Ähm... Strom. So. Soll ich hier auch eins hinbauen? Ah, wo soll ich's denn hinbauen? Hier drüben? Das ist schon außerhalb der Stadt. Ne, hier. Das stört ja keinen groß, denk ich mal. Auch noch eins. Eins. So, jetzt haben wir sehr wenig Geld. Okay. Jetzt müssen wir Stromasten hier hinfüllen. Und so. 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 Ja, die brauchen Wasser. Ah, ich hab doch alles mit Wasser gemacht. Stimmt, die brauchen... Die Wasserwerke brauchen ja auch Strom. Oder braucht ihr keinen Strom? Ach so. Gut. Okay. Jetzt, was brauchen die denn jetzt wieder? Ich find das ein bisschen... Das kann... Das kann ich ja noch umändern. Aber irgendwann will ich auf Solar umsteigen. Mal gucken, wie's aussieht. Ja, okay. Die Stromasten, die gehen ja. Die machen ja, denk ich mal, auch keinen Krach. Der hier braucht Wasser. Natürlich ein schönes Haus, ne? Ja, aber ich muss jetzt hier erstmal alles bauen. Du kriegst dann schon Wasser. Bildung brauchen die ja auch noch. Ich brauche hier auch noch Bildung. Ja, die mache ich hier im nächsten Ort. Hier. Äh... So. Jetzt muss ich natürlich warten, dass die... Dass mein Geld halt sich wieder auffüllt. Das hier steht ganz alleine rum. Die Skobolade... Ich krieg aber auch kein Geld irgendwie wieder zurück. Ich kann ja Kredite aufnehmen. Ne. Doch. Wie viel krieg ich? Betrag. 20. Hm. Hm. Wöchentliche Kosten. 400. 1000. Ne. Nehme ich. So. Okay. Ähm. Wollen wir mal. Ja. Äh. Die Folge wird sonst zu lang. Deshalb mache ich jetzt auch mal Schluss mit der Folge. Ähm. Das hier ist meine Stadt. Und ähm. Morgen. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Die nehme ich jetzt auch gleich auf. In der nächsten Folge werde ich dann mich um die ganzen Probleme hier kümmern und weitermachen. Also. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss. Tschüss.